Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom und mit uns verbunden über das Radio, das Internet und das Fernsehen. Wir stehen unmittelbar vor dem Beginn der Heiligen Woche, der Karwoche mit dem morgigen Palmsonntag. Jeder Samstag ist das ganze Jahr über in besonderer Weise der Gottesmutter Maria geweiht und wir feiern diese heilige Messe hier jeden Morgen am Marienaltar. Wir wissen, dass Maria damals, als es immer ernster wurde in Jerusalem, dabei war. Sie war ja unter dem Kreuz, also war sie auch schon vorher nach Jerusalem gekommen und sie hat die Entwicklung der Situation, die wachsende Feindseligkeit, die Gerüchte, all dies hat sie natürlich mitbekommen und sie hat als Mutter mitgelitten. Sie hat natürlich tief Anteil genommen an dem, was ihrem Sohn immer deutlicher bevorstand, was Schlechtes über ihn gesagt wurde, wie die Stimmung sozusagen mit den Händen zu greifen war. Kein Mensch hat tiefer mit Jesus mitempfunden als Maria seine Mutter. Und der ausführlichste Bericht über die Passion mit den genauesten historischen und die Orte betreffenden Kenntnisse steht nicht ohne Grund im Johannes-Evangelium, aus dem wir auch gerade gehört haben. Johannes war ebenfalls dabei. Er war von den Evangelisten am nächsten dran. Er hat mitbekommen und deswegen ausführlich die Leidensgeschichte Jesu geschildert in seinem Evangelium. Diese Leidensgeschichte, die wir jedes Jahr am Karfreitag in der Liturgie hören. Warum hat Johannes den Mut gefunden, nachdem er zunächst selbst weggelaufen war bei der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemanie, doch wieder nahe, näher zu Jesus zu gehen. Ganz sicher auch deswegen, weil er seelenverwandt war mit Maria, weil er Jesus aus ganzem Herzen geliebt hat und weil auch er mitempfunden hat, mitgelitten hat, ähnlich wie Maria. Und so finden wir beide dann am Fuße des Kreuzes auf Golgotha. Es gibt keine besseren Begleiter in die Heilige Woche hinein und an den K-Tagen und den Ostertagen als Maria und Johannes. Bitten wir sie, dass sie uns in diesem Jahr gleichsam an die Hand nehmen, dass sie uns sehen lehren, was Jesus und warum Jesus all dies auf sich genommen hat. Maria, so sagt es das zweite Vatikanische Konzil, stand nicht zufällig unter dem Kreuz, sondern es war Gottes Heilsplan, dass sie dort stand und, so die Väter des Konzils, in ihrem Herzen innerlich das Opfer mit vollzog, das Jesus blutig am Kreuz gebracht hat für uns. In der Heiligen Messe wird diese Hingabe Jesu in unblutiger Weise gegenwart, sakramental, nicht weniger, wirklich nicht weniger real. Wir sind bildlich gesprochen nicht weiter weg vom Kreuz Jesu auf Golgotha, wenn wir vor dem Altar stehen oder knien als Maria und Johannes, die damals in Jerusalem auf Golgotha waren. Und auch wir sind eingeladen, Kraft unserer Taufberufung, unseres Taufpriestertums, das Opfer Jesu mitzuvollziehen und das, was in unserem Leben an Schwerem da ist, an Leidvollem, zu verbinden, zu vereinen mit der Liebe Jesu. Bitten wir Maria und Johannes, dass sie uns dabei helfen. Amen. Amen.